Hallo Freunde, heute präsentieren wir von Yamaha diese CD-Players, aber bevor wir damit loslegen, möchte ich ein bisschen etwas über die Geschichte von CD-Herstellung erzählen. Wie lange gibt es schon CDs? Seit Ende der 70er Jahre forschen die Japaner dran und in 1982 gab es die erste CD, von der schwedischen Rockband ABBA. Danach, Billy Joe veröffentlicht noch eine CD. Es gibt die ganz schon lang, trotz Vinyl und Kassettenspieler gibt es die immer noch. Obwohl die Musikhersteller sehr gezweifelt haben, was soll das denn sein, dieser kleine Disc? In dem ersten Jahr gab es Tausende von neuen Produktionen, die CDs benutzt haben. Hast du vielleicht eine von diesen alten CDs von Billy Joe oder ABBA oder irgendjemanden? Pack es aus. Es ist Zeit wieder, diese CDs anzuhören. Entstauben bitte. Wir haben hier bei Mandrocks eine ganz große Auswahl von CDs und wir haben sogar ein CD von diesem Typ. Oh, das bin ich. Heute präsentieren wir stolz den SD303. Ein CD-Spieler, ein CD-Player mit hervorragendem Klang. Lassen wir uns mal schauen, was in dem Lieferumfang erhalten ist. Der Yamaha CD-S303 bietet hervorragende, hervorragende Klangqualität an, dank Technologien, die aus hochwertigen Yamaha-Komponenten stammen. Durch Aktivierung des Pure-Direct-Modus sowohl an der Vorderseite des Geräts als auch an der Fernbedienung werden Störgeräusche minimiert und die Qualität des analogen Ausgangs erbessert. Design und Komponenten. Die Ingenieure von Yamaha haben viel Aufwand betrieben, um interne Anordnungen der Komponenten des CD-S303 zu optimieren, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren und das Gerät für den besten Klang auszubalancieren. Wie du siehst, haben wir zwei verschiedene Farben von unserem CD-Player. Zilbermatt und schwarzmatt. Was sehen wir hier vorne? Yamahas schöne Logo, CD-S303. Unten ein On-Off-Switch. Information über Disk natürlich. USB. Dann ein Knopf für CD oder USB. Knopf für Pure-Direct. Hier haben wir unser CD-Tray und die Eject-Knopf. Ein schöner, großer Display, leicht zu lesen. Rückwärts, Vorwärts-Knopf. Dann haben wir den Play-Knopf, Pause. Und ganz am Ende hier Hard-Stop. Und natürlich haben wir den Standard-Anschluss für Strom. Das Gerät ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Wie einem akustischen Kondensator und einem rauscharmer Operationsverstärker. Was eine Klangqualität ermöglicht, die mit teuren Modellen vergleichbar ist. Information zu Yamahas 17% Cashback für Soundbars. Listen, you bought a new CD-Player. Du hast eine neue CD-Spieler gekauft von Yamaha. Du brauchst vielleicht neue Lautsprecher. Und 17% Cashback von Yamaha für Soundbars, Soundbar-Sets. Das könnte besser sein. Yamahas 17% Cashback-Angebot auf Soundbars läuft von dem 17. Mai bis zum 17. Juli 2024. Und du kannst natürlich bei uns auf mehndrops.de oder bei uns im Laden fragen über diese verschiedenen Soundbar-Sets. Digital-Analog-Wandler und Lasersystem. Der CD-S303 verfügt über einen leistungsstarken 192 KHz 24-Bit-DA-Wandler, der eine präzise Umwandlung und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis bietet. Das Lasersystem des Geräts ist isoliert, um Vibrationen zu minimieren und Verzerrungen bei der Wiedergabe zu vermeiden. USB-Unterstützung und verschiedene Formate. Sie können Musik von USB-Geräten über den vorderen Anschluss des CD-S303 abspielen. Das Gerät unterstützt die Formate MP3, WMA, LPCM, AAC und FLAC sowie CD-R oder RD. Zusätzliche Funktionen und Spezifikationen. Der CD-S303 bietet viele nützliche Funktionen, einschließlich programmierbare Wiedergabe, Zufallswiedergabe und Titelwiederholung. Das Display des Geräts zeigt Informationen über den aktuellen Titel und Künstler an. Technische Spezifikationen umfassend, Signal-Rausch-Verhältnis 105 dB, Dynamikbereich 96 dB, Clear-Faktor 0,003% bei CD, Frequenzgang variabel, Digital-Ausgänge, Optisch und Koaxial. Jetzt über die Abmessungen. 4,35 x 86 x 260 mm. Gewicht 3,5 kg. Ein bisschen Info über die Fernbedienung. Natürlich ist die Fernbedienung von Yamaha sehr schlicht, sehr leicht zu verstehen, fingerfreundlich. Open-Close, On-Off, Programm, Repeat, Wiederholung, Random, Dimmer, Display, 1 bis 9, Tracks. Und dann Enter, Clear und wir haben hier vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, Pause und die verschiedenen Folders und unten dann Pure Direct und CD oder USB. Warum brauchst du unbedingt eine von diesen CD-Players? Tauch ein in die Welt der Musik mit dem Yamaha CD S303 und genießen Sie hochwertigen Klang. Bestellen Sie den CD-Player auf unserer Website www.mandrops.de und erhalten Sie zwei Jahre Garantie. Abonnier unser Kanal, geben Sie uns Likes und teilen Sie Ihre Eindrücke mit. Ich war der Daniel und bis zum nächsten Mal auf unserem Mandrops-Kanal. Tschüss!